So Leute, wisst ihr, warum ihr heute hier seid? Wo auf dem Monster? CTR. Dein PC ist. Hey? Nein! Aber wohl in letzter Zeit hat er da schon oft ein Computer-Erdbeben. Du meinst das Mock? Ja, ja, rechtsklick auf die Task-Leister und da den Task-Manager starten. Du meinst den Computer-Jesus? Ja, aber spielen wir jetzt. Halt dein Maul! Wir sind ja nicht zum Spielen da. Wir besprechen jetzt Ideen für diesen Kanal. Abwasserknall meinst du, oder was? Das habe ich nicht gemeint. Okay. Ich weiß was. Wir verwandeln den Garten in eine, wie sagt man, Wasserspritzpistolen-Arena. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Und wer am Schluss am nassesten ist, hat verloren. Aaron, was sagst du dazu? Hallo. Das ist jetzt keine schlechte Idee. Überzeugen tut es mich allerdings nicht. Hchiiiihihihi. Hchihihihihihi. Wie spiel. Hchihihi. Yihihihi. Hchihihihi. Die neue ... Nachhausekern. Hohaha. Spiele. Nachhausekern. Normaler Tag. Hör Bierpicket. Hchhchh. Einer spielt Blind Foley und der andere sagt ihm, welche Tasten er drücken muss. Aber er darf wirklich eine Sache sagen. Er darf nicht sagen, okay, jetzt springt er raus. Er muss sagen, X und nach vor. Das ist eine dumme Idee. Kevin? Sehr gut. Aaron? Nein. Mein Gottline-Foldet. Genial. Ich finde diese Ideen zwar alle nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Irgendwo dazwischen? Mietig. Okay, einer vergleitet sich als E und der andere als Gags und einer als Daniel Fortescue. Alle vergleiten sich halt wie PS1-Figuren. Ja, und dann? Das tut ihm ein. Und jeder kann das Spiel, dessen Figuren es. Gute Idee. Kevin? Ich spiele mal einfach Tischtennis. Aaron? Nach Hause. Was gibt's? Cross-Plays? Immer noch nicht wirklich convincing. Kevin, hast du irgendwas mit dem Auge? Ist mein Auge rot? Ja, das sieht jetzt nicht... Also ein bisschen rot ist das schon. Ich glaube nicht. Augen auf im Straßenverkehr. Hat mir schon der Helmi gesagt damals. Aaron? Auf zur Polizei. Was gibt's? Nein. Mein rechtes Auge schmerzt auch seit heute. Und ich hab mir Augentropfen reingetan. Ich hab mir das Augentropfen, das Augenlid getan und dann das aufgeöffnet. Und mir tut das so zu. Noch irgendwelche Vorschläge jetzt? Wir spielen ein Spiel gegen... Mein Handy? Ein Vorschlag? Okay Leute, wir kommen so wirklich nicht weiter. Ich sag euch jetzt genau, was wir machen. Wir machen Satire-Videos über politische Themen und unterlegen das mit Stockbildern von meiner Festplatte. Irgend sowas. Ist da irgendjemand dabei? Aaron? Nein. Bad Kids? Nein. Kevin? Roger? Sicher nicht. Totaler Plötsnach. Ja, wieso bist du eigentlich der Chef? Ich will auch was sagen. Aber ich nicht. Na, ich schon. Und was? Es kommt noch. Okay? Ich bin jetzt in Cosplay-Kostümen. Ich mach ein Scherer-Stein-Papier. Scherer-Stein-Papier bin ich dabei. Danke und komm. Also fangen wir an. Jeder bleibt froh. Gib die Kamera daher. Kamera daher. Scherer-Stein-Papier. Ohhhhhhh. Schaut's heute. Ich habe Papier-Papier-Manier gewonnen. Ich habe die letzte Europameisterschaft gewonnen. Ich habe mindestens 90% aller Videos auf diesem Kanal geschnibbelt. Ich habe eigentlich die größten Rechte hier. Du hast nicht alles gewonnen. Ich habe aber auch die längsten Haare. Das stimmt nicht. Und ich habe mehr geleistet als du in den drei bis fünf Jahren, wie wir das schon machen. Ich habe nämlich Wex geschafft. Hast du schon mal Wex geschafft? Ich nicht. Ich meine, ich schon, aber du nicht. Du kannst vielleicht die längsten Haare haben, aber dafür habe ich die meisten Haare. Dafür habe ich CTR gewonnen und du nicht. Ich habe die kürzesten Haare. Glaub ich nicht. Nein. Ich habe den längsten Tolo. Mir wird das jetzt langsam wirklich zu bunt. Wir machen jetzt einfach Knochen-Tournament. Der Gewinner ist an der BB-Champion. Das werde dann eh ich sein. Das kann man davon aussehen. Gute Idee, fangen wir an. Aber träumen wir schon weiter. Ja, da kannst du dann träumen. Wenn ich dich in den Schlaf schicke. Er ist lustig heute. Nein, ich bin tot ernst. Ich schicke euch Bayern in den Tod. Ich werde mich schicke anieren. Okay. Du glaubst, du kannst es mit mir aufnehmen? Natürlich kannst du mit jedem aufnehmen. Okay. Sag ein Spiel, in dem du mich besiegen kannst. Soulcalibur. Niemals. Ich besiege dich in jedem einzelnen Soulcalibur. Und dann noch mit echtem Schwert unten im Garten. Filmst du vielleicht... Gibt es die Kamera vielleicht auf mich, wenn ich deine Promo halte? Ich besiege den Kevin in jedem einzelnen Soulcalibur. Und dann noch mit einem echtem Schwert unten im Garten. Und so war ich neuer BB-Champion. Ihr könnt euch dann hinten anstellen. Los geht's. Schlafen-Time.